Du suchst eine hochwertige Klimmzugstange? Auf diese drei Dinge solltest du achten. Erstens Sicherheit. Du willst schließlich nicht, dass dir das passiert. Zweitens Qualität, weil mit einer verrosteten Klimmzugstange trainiert es sich schlecht. Drittens Optik, denn sowas willst du nicht in deiner Wohnung haben. Bei Rotfuß Klimmzugstangen achten wir auf all das. Die Sicherheit unserer Produkte prüfen wir ganz genau. Deshalb fertigen wir auch alle unsere Klimmzugstangen aus Edelstahl. Sie sind dadurch nicht nur absolut rostfrei, sondern auch hygienisch. Denn Pilze und Bakterien können sich auf dem Metall nicht halten. Bei uns bekommst du die passende Klimmzugstange handgeschweißt in Deutschland. Egal wie deine Wohnung aussieht, egal ob für draußen oder drinnen und egal wie groß du bist. Unser Ziel, du kannst perfekt trainieren. Bestelle die letzte Klimmzugstange, die du in deinem Leben brauchen wirst. Jetzt. Auf Klimmzugstangen.de